Willkommen bei der Monster-Reality-Show von M.H. Dragular 3. Heute sind die Blues dran. Viel Spaß! Hey Leute, räumt mal ein bisschen auf. Laguna, mach endlich was. Hä? Ey, was ist es denn? Jetzt ist Gaten mit Faith. Faith ist nicht mehr deine Freundin, das hast du komplett vergessen. Sie ist natürlich noch meine Freundin. Was redest du da? Ja, genau. Deswegen wechselt sie auch zu Team Böse. Unser Team Böse? Wisst ihr, wo die Tussi, hä? Hä? Ey, wie hast du mich gerade genannt? Tussi. Och, hatte Tarelai jetzt etwas eingeredet. Tarelai, mir was eingeredet? Niemals. Du denkst nur noch an dich, seit du mit Tarelai befreundet bist. Ich denke nur noch an mich, wer denkt hier wohl an sich, okay? Alter, reg dich mal ab. Chill dein Leben. Ähm, ach ja, echt. Hi Leute, ich bin wieder da. Fancy hat mich so aufgeregt, sie will sich an Juice ran machen. Hä? Ist Juice nicht mit... steht Juice nicht auf dich? Ja eben, und sie nutzt Romeo eiskalt aus. Bitch. Stimmt. Und sowas nennt sich meine beste Freundin, die auch noch was dagegen hat, dass ich einen Freund habe? Du hast sie auch nicht anders verdient. Fancy ist dir wohl die Beste, okay? Also halt dich mal zurück, Schwesterchen. Was? Ich mich zurückhalten? Halt du dich zurück. Ich verschwinde jetzt. Es wird mir hier zu doof. Wow, sie hat echt einen Sockenschuss. Ich gehe jetzt skaten. Bye. Viel Spaß noch. Und wo kommst du gerade her? Woher wohl vom Tanzen? Sieht man doch. Und meine Schwester können so aufregen. Ach nee. Kommt eigentlich noch dein Freund nach heute? Er ist nicht mein Freund. Wieso? Ich dachte, ihr seid zusammen. Oder verstehe ich das falsch? Äh. Nein, wir sind noch nicht zusammen. Das musst du falsch verstehen. Ach so. Ihr seid also nur, naja. Ihr mögt euch nur. Ja, kann man so sagen. Er mag mich halt. Und ich mag ihn. Und er ist auch voll süß. Und er schreibt gute Songs. Ja, das stimmt. Kommt ihr euch jetzt ein Cheerleader-Training? Klar. Ja. So lange. Also, eine längere Zeit passiert nichts. Und dann passiert etwas. Wer mag das wohl sein? Hm. Vielleicht ist das ja... Juice. Hey Leute. Hey Juice. Komm doch rein. Setz dich aufs Sofa. Ja, mach ich. Ähm. Hey. Gießt du heute noch irgendwie Chili dann oder so? Äh. Ja, eigentlich schon. So schade. Ich dachte, wir könnten irgendwie zu Korn oder so gehen. Oh, das lässt sich mir nicht entgehen. Obwohl ich nicht weiß, was Korn ist. Aber naja. Wir können auch zu Nirvana gehen. Kenn ich auch nicht. Du kannst auch singen. Oder ich kann singen. Wir können auch zu Lincoln Park gehen. Ah. Das sind alles Rockgruppen. Und Nettel. Damit können sie nichts anfangen. So. Kommst du? Wäre cool, wenn wir jetzt gehen. Ich geh... Mach mich dann mal auf den Weg. Warte, Juice. Ich komm hier hinterher. Und so bin ich alleine. Wieder passiert eine längere Zeit nichts. Und danach... ...de große Überraschung. Hä? Wer war denn das? Ähm. Hi. 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 Ich hab mich schon selbst eingeladen. Äh. Ja. Also. Was möchtest du denn? Hier. Ich schatz. Lass mal zusammen zu Korn oder so gehen. Wir müssen mal ein bisschen Party machen. Wenn du meinst. Na komm mit. Wow. Oh. Ja. So bin ich, ne? Oh, okay. Können wir noch was anderes machen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Und das war's. Mit dem Monster Reality Show. Von dem Blues. Das nächste Mal sind ihr die McFly Traps. Voraussetzung folgt. Ja. Ja. Ja.